Es ist jetzt Valentinstag und Mario hat sich etwas vorbereitet von Valentinstag. Hallo! Es ist Valentinstag! New Super Mario Bros. Plush! Brotter Yoshi! Was? Ich hab ein Geschenk für dich. Hm? Hier, frohes Valentinstag! Oh, Dankeschön! Oh, Schokolade! Fröhlicher Valentinstag, Mario! Hier, für dich! Oh, danke! Und fröhliches Valentinstag! Danke! Valentinstag, das gefällt mir besser! Chef! Wie es aussieht, hab ich auch eins für dich, bitte! Was ist das? Hm, ich will die Essen! Dankeschön, Kupa! Und fröhliches Valentinstag! Ah! Schaff dich essen! Das ist eine Schokobomb! Eine Schokobombe-Kuchen? Ich muss dringen auf Klo! Kupa, was soll denn das? Es tut mir leid, aber das wollte ich auch für Mario geben. Ich wollte zeigen zum Chef, dass das auch für Mario geht. Ah! Ein Schokobomb von Valentinstag! Mario, ich habe ein Geschenk! Frohes Valentinstag! Oh, danke! Schmeckt nicht so gut, bitte! Pff! Oh, oh! Psst! Wow, wow, wow! Fröhlicher Valentinstag! Ich bin denn für viel Spaß penis! Ich bin der Schokobomb und zum Beispiel in der Schokobomb-Schwaite. Ich bin der Schokobomb-Schwaite. Und dann bitte wir ein Schokboomb-Schwaite. Ich bin der Schokobomb-Schwaite. Vielen Dank.